Hi! Ich bin wieder in meinem Hotelzimmer. Wir machen ja Corona-Aushilfe bei unseren zentralen Mitgliederverwaltung. Und heute habe ich beim Einkaufen, beim Chibu, diese Scheibe entdeckt. Drei Kilo ist die schwer. Auf dieser Seite sind ein paar Übungen und ich probiere es einfach mal aus. Mit Tabata mal schauen, wie man das so benutzen kann. Ob das wirklich effektiv ist. Also viel Spaß beim Austesten. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.